Diesen Sonntag findet das sechste Mal das USI-Schwimmen statt und wir freuen uns nach der Jubiläumsausgabe im letzten Jahr direkt nochmal 100 Teilnehmer mehr drauf zu packen. Das ist ein Freiwasserevent im Unterbacher See über 3,3, 2 und 1 Kilometer Distanzen und für die Kinder sind nochmal 250 Meter Runde dabei. Was Besonderes, das Event als solches Freiwasserschwimmen, das haben wir hier in Westdeutschland ganz ganz selten und deswegen ist das Event als solches, auch wenn sich das zum sechsten Mal wiederholt, was ganz Besonderes. Als kleine Überraschung haben wir dieses Jahr einen prominenten Starter in der 1-Kilometer-Distanz und das ist unser Oberbürgermeister Thomas Geisel. Der hat die letzten Jahre schon mal vorbeigeschaut und hat dann versprochen zu starten und jetzt setzt er seine Versprechen um, wie man ihn kennt. Die Leidenschaft am Freiwasserschwimmen und Lokalpatriotismus, das sind die beiden Motivationen, weil wir hier in Düsseldorf dieses Event auf die Beine stellen und auch wenn das viel, viel Arbeit im Vorfeld bedeutet, freuen wir uns am Wettkampfwochenende mal wahnsinnig, dass wir in so einer großen Gruppe mit wahnsinnig tollen Helfern und großartigen Teilnehmern diesen Moment erleben dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.